33. Elise konnte es nicht glauben. Es war total verrückt, dass sie die Verführerin spielte, obwohl sie erst einmal mit einem Typen geschlafen hatte, und das mit mäßigem Vergnügen. Und ganz bestimmt hatte sie noch nie versucht, jemandem einen, also, na ja, gütige Jungfrau der Schrift, sie war so verklemmt, sie konnte es noch nicht mal in Gedanken aussprechen. Jemandem einen zu blasen. Ja, bitte. Als Axe antwortete, wurde ihr bewusst, dass sie laut gesprochen hatte. Oje, ich schätze, ich bin nicht sonderlich geschickt, was? Er streckte die Hand nach ihr aus und streichelte ihre Wange. Du bist der Wahnsinn. Ich fühle so vieles bei dir, dass ich noch nie zuvor gefühlt hatte. Du bist perfekt, so wie du bist. Du machst es vollkommen richtig. Aber ich habe dich gerade in den... Ach ja. Und außerdem konnte sie nicht glauben, dass sie hier saß mit einem Schwanz in der Hand, als wäre er nichts Außergewöhnlicheres als der Hörer eines Tischtelefons. Sag es, befahl er. Ähm, Lümmel, Latte, Liebeszepter, Nudel. Wieder lachten sie gemeinsam und grinsten sich an. Doch dann wollte sie wieder zur Sache kommen. Irgendwelche Vorschläge, fragte sie im verführerischen Ton. Wie hättest du es gern? Er schob die Hüften vor. Und ihr fielen kurz die dicken weißen Verbände an seinen Schenkeln und den Rippen auf. Doch dann blitzten seine Augen. Sein Atem ging schwer. Und seine Stimme klang plötzlich um eine Oktave tiefer. Und mit einem Schlag dachte sie an nichts anderes mehr als an seinen Geschmack. Fahr mit der Zunge an mir hoch und um die Spitze. Sie sah ihm fest in die Augen, streckte die Zunge raus und beugte sich nach unten, um seiner Anweisung Folge zu leisten. Alice! Ja, sie musste nicht lange fragen. Diesmal hatte sie es richtig gemacht. Seine Erektion zuckte in ihrer Hand. Sein Becken drängte nach oben. In seinem Gesicht stand Staunen und Verzückung. Du bist so schön, keuchte er und beobachtete sie. Sie leckte die Spitze seiner Erektion. Dann öffnete sie den Mund weit und versuchte, ihn nicht mit den Zähnen zu berühren. Und es musste ihr gelungen sein. Denn obwohl er sich einen Moment lang versteifte, gab es keine Schmerzensrufe. Stattdessen drückte er den Rücken durch und arbeitete mit ihr zusammen, bis sie einen Rhythmus gefunden hatten. Hoch und runter. Und runter einsaugen und unten mit der Hand entlang streichen. Schneller, schneller. Ich komme gleich, keuchte er, versteifte sich und versuchte, sie fortzuschieben. Nein, sie würde das bis zum Ende durchziehen. Als er einen Fluch ausstieß, nahm sie alles in sich auf. Alles, was er zu geben hatte. Was ihn vor Lust verrückt zu machen schien. Und die Zuckungen und Stöße in ihrem Mund waren eine erotische Erfahrung, wie sie es sich niemals vorstellen hätte können. Als es vorbei war, ermattete er. Und zwar so, dass seine Gliedmaßen auf den Boden knallten. Du schmeckst himmlisch, sagte sie und leckte sich die Lippen. Bei diesen Worten bäumte sich sein Glied in ihrer Hand auf. Setz dich auf mich, sagte er rau. Ich möchte in dir sein. Komm hoch! Eine Sekunde lang zögerte Elise. Sollte sie das wirklich tun? Es machte ihr Angst, wie schwer er verletzt war. Wenn es das war, was ihm beim Kampfeinsatz passieren konnte, jede Nacht dauerte es vielleicht nicht lange, bis er nicht mehr heimkam. So gesehen sollte sie es allerdings erst recht tun. Weil sie ihn jeden Moment verlieren konnte. Und dann dachte sie an sich selbst. An all die Jahre, die sie sich im Hintergrund gehalten hatte. In denen sie Benimmregeln befolgt hatte, die man ihr aufzwängte. Obwohl sie selbst nicht von ihnen überzeugt war. Hier wollte ein wunderschöner Mann mit ihr schlafen, der ihr immer freundlich und verständnisvoll begegnet war, der sie sogar gegen ihren Vater verteidigt hatte. Sie war ungebunden. Sie wollte ihn. Und sie waren an einem abgeschiedenen, heiligen Ort. Es wäre einfach unsinnig, Nein zu sagen. Erst recht, wo sie sich so sehr nach ihm verzehrte. Elise zog ihren Fließpulli aus und das Longlife, das sie darunter trug, warf ihren BH von sich und stand auf. Dann bewegte sie sich langsamer, weil Egg sie mit diesem gebannten Blick beobachtete und sich jedes kleine Detail ihres Körpers einzuprägen schien. Sie schob die Yoga-Hose hinunter, an den Oberschenkeln entlang, über die Knie und trat sie weg von sich, bis sie nur noch in einem weißen Slip vor ihm stand. »Drehst du dich für mich um?« fragte Eggs in einem Ton, der einem Betteln sehr nahe kam. Sie ging auf Zehenspitzen, drehte sich um und zeigte ihm ihren Rücken. Und dann steckte sie die Daumen in ihren Slip, beugte sich vornüber und zog ihn an ihren geschlossenen Beinen bis zum Boden hinunter. Auf diese Weise zeigte sie ihm genau, was er sehen wollte. Es bedurfte keiner anerkennenden Worte. Sein Schnurren und die Glut in seinen Augen sagten ihr alles, was sie wissen wollte. Elise stellte sich über ihn, die Füße rechts und links von seiner Hüfte, der Feuerschein auf ihrer Haut, die Schwere ihrer Brüste, das sehnsüchtige Ziehen zwischen ihren Beinen. All das gab ihr das Gefühl von Macht und Befehlsgewalt. Und sie war froh, dass es auf diese Weise geschah. Es würde sensationell werden, weil sie und Eggs es dazu machten. Sie ging in die Knie, stützte die Hände neben seinem Kopf auf und küßte ihn. Immer wieder, während sie über seine Erektion schwebte und sich immer weiter für ihn öffnete. Seine Wärme stieg zu ihr auf und es war ein fantastisches Gefühl. Er streichelte ihre Schenkel, ihre Taille, umfasste ihre Brüste. Als sie es nicht mehr länger aushielt, war sie es, die seine Erektion aufstellte und sich an der Spitze rieb, die sie mit der Zunge liebkost hatte. Sie fluchten beide. Dann setzte sie ihn behutsam an der richtigen Stelle an und senkte sich auf ihn. Es tat überhaupt nicht weh, auf diese Weise gedehnt und ausgefüllt zu werden. Und sie war froh, dass ihr keine Jungfräulichkeit im Weg stand, um diesen Moment in vollen Zügen zu genießen. Dann begannen sie, sich zu bewegen. Aus dem Kreuz und aus den Hüften heraus fing sie an, ihn zu reiten und er unterstützte sie dabei, indem er ihr das Becken entgegenpresste. Sie gewannen an Fahrt. Ihre Brüste schwangen, ihr Atem stockte und der Feuerschein ließ alles wie in Zeitlupe wirken. Oder war es ihr Kopf? Der Orgasmus kam unaufhaltsam wie ein Eilzug auf sie zugerast. Immer schneller. Der Genuss steigerte sich ins Unermessliche und strahlte von ihrem Geschlecht aus. Und die ganze Zeit über küßten sie sich und sahen einander in die Augen. Sie kam zuerst, ganz plötzlich, als würde ein Gummiband reißen, nur, dass es nicht weh tat. Es war wie ein Bersten und Fliegen und eine endlose Folge lustvoller Kontraktionen, in denen sie sich für immer verlieren wollte. Und dann trieb Axe ihr mit einem gewaltigen Ruck die Hüften entgegen, so dass er noch tiefer in sie eindrang und anfing zu zucken, wie er es schon in ihrem Mund getan hatte. Und danach, als alles vorbei war, als die Hitze langsam nachließ, fing er gleich noch mal von vorn an. Es war der beste Sex seines Lebens. Ein einziger Rausch wurde Axe lange Zeit später klar, als er ließ ausgestreckt an seiner Brust lag und sie beide vollkommen befriedigt waren und die Begierde verebte, zumindest für die nächste Stunde. Er fuhr mit den Fingerkuppen über ihre Wirbelsäule, auf und ab. Es war wundervoll, ihre weiche Haut zu berühren, ihr Gesicht auf der Brust zu spüren, ihr Geschlecht zu riechen. Er hätte für den Rest seines erbärmlichen Lebens hier mit ihr liegen können. Aber er wusste, dass die Morgendämmerung nahte. Elise, bist du wach? Hm. Er strich über ihr Haar. Ich sage es nur, ungern, aber es ist vermutlich schon fast sechs. Du solltest dich auf nach Hause machen. Sie hob den Kopf von seiner Brust. Ihre Augen waren schläfrig im Licht des sterbenden Feuers. Ihre Lippen geschwollen von seinen Küssen, ihre Wangen immer noch gerötet. Ich möchte bleiben. Ich will auch, dass du bleibst. Aber wäre das jetzt klug? Es ist natürlich deine Entscheidung. Sie runzelte die Stirn und wurde eine Weile sehr still. Tut mir übrigens leid, dass ich so früh gekommen bin. Nicht schlimm. Außerdem kannst du jederzeit kommen. Ich sperre nie ab. Komm einfach rein. Ich war schon vor Mitternacht hier. Warum? Er hob die Hand über ihre Schulter. Und nochmals. Es stört mich nicht. Zieh ein, wenn du Lust hast. heilige Scheiße! Hatte er das wirklich gesagt? Ich war außer mir und wusste nicht, wo ich sonst hin sollte. Mit einem Schlag erwachte sein Beschützerinstinkt in ihm. Seine Fänge fuhren aus. Sein Körper spannte sich an. Trotz der Verletzung. Was ist passiert? Wen muss ich umbringen? Nun, der letzte Satz war nur halb im Scherz gesagt. Wenigstens brachte er sie zum Lächeln. Aber nicht lang. Ich, ähm, also, ich hab dir doch erzählt, dass meine Cousine getötet wurde. Erinnerst du dich? Ja, natürlich. Also, ich war in ihrem Zimmer, nachdem du weg warst. Ich hatte es nicht geplant oder so. Ich, ich bin einfach spontan reingegangen. Und ich war in ihrem Kleiderschrank und hab ihn aufgeräumt. Er war total durcheinander. Überall lagen Kleidungsstücke. Schuhe. Als sie verstummte, streichelte er ihre Schulter. Sprich weiter, Elise. Ich werde niemandem davon erzählen. Das ist es nicht. Ich vertraue dir. Es ist nur, es ist nur so scheußlich. Mit scheußlichen Dingen kenne ich mich aus. Davor habe ich keine Angst. Zitternd atmete sie ein. Meine Cousine und ich waren immer sehr gegensätzlich. Höflich ausgedrückt war sie promiskuitiv. Sie hatte einen anderen Kleidungsstil. Sie dachte anders. Sie benahm sich anders. Und sie genoss es, die Wilde zu sein. Sie war schön und ungebändigt. Und ich hatte immer den Eindruck, dass es ihr Spaß machte, ihren Eltern eins auszuwischen. So war ich auch, sagte er gedankenverloren. Davon hat niemand was. Aber wenn mehr Zeit gewesen wäre. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht hätte sie sich geändert. Elise atmete seufzend aus. Jedenfalls war ich in ihrem Schrank und habe aufgeräumt. Da kam meine Tante und hat mich überrascht. Weißt du, ich hatte sie seit jener Nacht nicht mehr gesehen, als Peyton zu uns ins Haus kam und von ihrem Tod berichtete. Sie sah, sie sah schrecklich aus. Krank, entsetzlich, wie um tausend Jahre gealtert. Ausgezerrt. Niedergeschlagen. Axe rollte sich auf die Seite, sodass sie einander ins Gesicht sahen. War sie dankbar dafür, dass du aufgeräumt hast? Nein, gar nicht. Ihr Blick verlor sich in der Ferne. Sie, sie sagte widerwärtige Dinge über ihre Tochter. ihr ging es nur ums Ansehen und um die Stellung der Familie in der Glümera. Sie war wütend und verbittert darüber, dass ihre Tochter Schande über sie gebracht hat und dass sie nicht mehr zu den Festen eingeladen wird. Das ist so selbstsüchtig. Ich konnte es einfach nicht fassen. Und ich dachte die ganze Zeit über nur, dass Alison sich gar nicht anders verhalten konnte bei einer solchen Mom. Axe malte mit den Kiefern, während er vor Wut kaum noch Luft bekam. Selbstsüchtige Mütter sind das Schlimmste. Sie machen einen fertig. Wie zum Beispiel die Mutter, die sich nach dem Reichtum der Glümera sehnt und dafür Halron und Kind verlässt. Das war ein berühmter Stoff und seine eigene Lebensgeschichte. Er hatte das Buch gelesen, den Film gesehen, das T-Shirt, den Thermokaffeebecher und die Blu-ray-Version gekauft. Und das Poster dazu hing überm Bett. Aber davon erwähnte er nichts. Jetzt ging es um Alice. Und verdammt, er wollte wirklich hören, was sie zu erzählen hatte. Alice schüttelte den Kopf. Nach der Begegnung war ich so aufgewühlt, dass ich die Treppe runter und aus dem Haus gerannt bin. und auf den Rasen gekotzt habe. Und dann bin ich einfach immer weiter gegangen, den Hügel runter, auf die Straße. Er stellte sich vor, wie sie traurig durch die Nacht irrte. Und niemand aus ihrer Familie verstand ihren Kummer oder interessierte sich dafür. Ich bin froh, dass du hierher gekommen bist. Und ich wünschte, ich hätte es gewusst. Danke, dass du mir nicht böse bist. Niemals. Ich habe Peyton gebeten, mir zu erzählen, was mit Alison passiert ist. Ich treffe ihn morgen. Erx musste seine Skepsis unterdrücken. Hoffentlich hielt dieser Mistkerl die Klappe zum Thema Leibwächter. Ich muss wissen, was wirklich geschehen ist. Sie wandte den Blick ab. Keine Ahnung, warum mir das so wichtig ist. Der Tod lässt sich nicht umkehren. Und es ändert nichts an der Situation, wenn ich die genauen Umstände kenne. Aber ich muss sie erfahren. Die Sache lässt mir keine Ruhe. Und ich werde nicht dagegen ankämpfen. Vielleicht interessierst du dich deshalb so für die Todesumstände, weil du auf andere Fragen, die dir viel wichtiger sind, keine Antworten bekommen kannst. Wie meinst du das? Nun ja. Erx räusperte sich. Vielleicht würdest du in Wirklichkeit gern wissen, wie es deinem Vater mit dem Tod deiner Cousine geht. Aber du kannst ihn nicht fragen. Vielleicht gibt es noch mehr, das du gern von ihm wissen würdest. Wie er mit dem Tod deiner Mutter zurechtkommt. Worüber er sich Nacht für Nacht Sorgen macht. Vielleicht kannst du ihn nicht erreichen. Erx dachte an seinen eigenen Vater unten im Keller mit seinen Holzblöcken. Vielleicht willst du ja wissen, wie er zu dir steht. Aber dir ist klar, dass du es nie erfahren wirst. Du kommst nicht an ihn ran. Er ist in Gedanken immer woanders. Und das Blöde ist, dass es dir nichts hilft, wenn du dir all dessen bewusst bist. Die Fragen bleiben. So etwas macht einen auf Dauer verrückt. Sein Blick driftete ab, doch dann sah er Elise wieder an und zuckte die Schultern. Du suchst nach Fakten, um ihm nahe zu sein. Denn so machen es die Leute. Sie suchen an den falschen Orten nach den Dingen, die sie an den richtigen nicht bekommen. Elise sah ihn einfach nur an. Und plötzlich kam er sich unglaublich doof vor. Sie machte einen Doktor in Psychologie. Verdammt! Was wusste er schon? Oder auch nicht, brummte er. Ich habe keine Ahnung. Elise schnitt ihm das Wort ab, indem sie ihn küsste. Gütige Jungfrau der Schrift, du bist so klug. Meinst du? Klar, ein echter Einstein. Keine Frage. Sie lachte. Nein, ernsthaft, du hast es erfasst. Ich hatte es nur noch nie so betrachtet. Eine Weile sah er sie einfach nur an, bis sie sagte, Wieso schaust du so? Ex küsste sie. Doch dann ließ er sie los. Du solltest wohl besser gehen. Schätze, du hast recht. Wenn ich den Tag bei dir verbringe, will ich es zu ehrlichen Bedingungen tun. Und die kann ich nicht übers Telefon mit meinem Vater aushandeln. Und zwar nicht nur deshalb, weil ich das verdammte Handy zu Hause gelassen habe. Wenn er dich rauswirft, kannst du bei mir einziehen. Und das ist gar nicht mal nur als Witz gedacht. Das ist sehr lieb von dir. Er stieß ein hässliches Grunzen aus, das ihm sehr peinlich war. Doch sie lachte. Das machte es besser. Dann setzte sie sich auf und zog sich an. Als sie wieder ordentlich bekleidet war, kniete sie nieder und deckte ihn zu. Kommst du auch sicher allein zurecht? Ich mache mir Sorgen. Wenn mich das nicht umgebracht hat, was wir vorher getan haben, überlebe ich garantiert bis zum Sonnenuntergang. Ich meine es ernst. Ich komme zurecht. Sie küßte ihn und ging zum Feuer, legte frisches Holz für ihn auf. Das musst du nicht tun, sagte er. Zu spät. Sie lächelte ihm über die Schulter hinweg zu, stocherte im Feuer rum und meinte, Weißt du, was ich gerade tue? Heißer aussehen als das Feuer. Ich verkneife mir die Frage, wann ich dich wiedersehen kann. Darauf habe ich eine einfache Antwort. Vier Uhr morgen früh. Ist das ein Date? Das kann man wohl sagen. Er stopfte sich ein altes Sofakissen unter den Kopf. Ruf mich an, wenn du zu Hause bist. Okay? Gern. Wo ist dein Handy? Oh, Scheiße. Ich habe keine Ahnung. Vermutlich im Trainingszentrum, bei den Überresten meiner Kleidung. Und ich habe keinen Festnetzanschluss. Tja, keine Sorge. Mir passiert nichts. Ich passe auf. Es folgte eine lange, lange Pause. Geh, sagte er. Damit ich weiß, dass du sicher heimkommst, bevor die Sonne aufgeht. Alice nickte. Dann war sie fort und die Haustür schloss sich leise hinter ihr. Als sie weg war, dachte er, liebe Jungfrau der Schrift, das Haus war so leer. Das war es so, weil das zu ICE hat jetzt geldt, nh micaочまぁ, ich glaube nicht kann,